So, und um ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, im heutigen Video soll es mal um den Schutz vor einer Bankenkrise von zum Beispiel Silber und Gold gehen. Heißt im Spezifischen nochmal ein bisschen genauer, ob Gold und Silber, beziehungsweise Silber oder Gold, was auch immer. Das muss jetzt nicht beides sein, muss nicht eins von beiden sein. Diese beiden Metalle theoretisch einen vor etwaigen Schwierigkeiten mit einer Bankenkrise schützen können. Weil ich denke mal, das ist ein relevantes Thema, wonach sich heutzutage viele Leute fragen, die sich auch mit dem Thema Elemental beschäftigen und natürlich auch up to date sind mit dem Thema Bankenkrise. Bevor wir damit aber auch gleich loslegen, gucken wir uns nochmal schnell an, was ich heute mitgebracht habe und auch wie es mit den Preisen aussieht. So, also bei den Sachen, die ich heute mit dabei habe, habe ich mal ein paar Sachen mitgebracht, die teilweise im Shop tatsächlich unter dieser E-Mail-Adresse hier erhältlich sind. Wie, ihr wisst Bescheid, wenn ihr den Kanal ein bisschen unterstützen wollt und euch gleichzeitig auch noch wirklich sehr, sehr schöne historische Münzen zu einem wirklich guten Preis ergattern möchtet. Und teilweise auch Münzen, die wirklich sehr, sehr gut als Krisenvorsorge geeignet sind, meiner persönlichen Meinung nach. Gerne unter dieser E-Mail-Adresse anfragen. Wir sind jetzt über die Osterfeiertage ziemlich geplündert worden, sage ich jetzt mal so. Ist natürlich eine positive Geschichte, ja. Aber ich habe sehr, sehr viel nachbestellt und es wird sehr, sehr viele tolle neue Sachen im Shop geben, ja. Also wenn ihr euch für irgendwas interessiert, gerne einfach mal schreiben, ja. Und ich denke mal, da findet man bestimmt für jeden irgendwas. So, hier habe ich mal ein paar Sachen mitgebracht, die teilweise aus meiner persönlichen Sammlung sind und auch teilweise im Shop erhältlich sind. Fangen wir mal an mit diesem sehr, sehr schönen 1923er Peace-Dollar. Der sieht jetzt tatsächlich, ja, aus diesem Blickwinkel, hier sieht man es ein bisschen besser. Hier sieht es tatsächlich so aus, als wäre die Münze in keinem tollen Zustand. Aber ich denke mal, so kann man sehr, sehr gut erkennen, dass an der Münze eigentlich so gut wie nichts dran ist, ja. Nur so ganz leichte Berührungsschwungen und ansonsten keinerlei sonstiges Anlaufen und so weiter und so fort. Das ist eine Münze aus meiner persönlichen Sammlung. Aber ich habe solche Münzen wie diese hier immer wieder zum Verkauf und habe gerade wieder recht viele an Leute ausgeliefert, die in einem sehr, sehr ähnlichen Zustand waren. So, dann habe ich mitgebracht eine meiner absoluten Lieblings-Morgendollarmünzen. Der sieht leider auf der Kamera nicht so schön aus, wie er tatsächlich in Persona ist, ja. Also es ist wirklich eine wunderschöne Münze, hat eine sehr, sehr tolle Patina entwickelt. Auf der anderen Seite nämlich übrigens gar keine, ja, auch interessant. Das liegt meistens daran, dass die Dinger offen liegen in einem Schubfach oder sonst irgendwas, ja. Über viele, viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte oder in diesem Fall möglicherweise Jahrhunderte hinweg. Und dann so eine Patina entwickeln, wirklich sehr, sehr cool, ja. Aus 1896 ist dieser hier wirklich ein tolles Stück, kriege ich recht selten, ja. Aber das ist halt auch nochmal sowas mit Patina, da kann man wirklich Glück haben. Und der ist natürlich auch in einem sehr, sehr highen Minstate-Grade. Also ich würde mal sagen Minstate 64 auf jeden Fall mal. So, weiter geht's mit diesem schönen Pistola, ein bisschen selteneren von 1926 aus San Francisco. Wirklich auch in einem schönen Zustand, ja, würde ich jetzt nicht sehr hoch im Minstate-Bereich ansiedeln. Aber die findet man natürlich relativ selten in dem tollen Zustand, ja. Diese Münzen, die auch etwas seltener sind, die 22er und 23er, sind ja größtenteils bis auf die 23S relativ häufig, ja. Aber diese hier dann doch eher nicht, würde ich jetzt so sagen, vielleicht Minstate 61, ja, so um den Dreh. Okay, dann habe ich noch mitgebracht, eine wirklich, 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 ein wirklich, wirklich sehr, sehr gut erhaltenen Standing Liberty Viertel Dollar aus 1917. Eine toll erhaltene Münze, ja. Also einen in so einem guten Zustand hatte ich bis jetzt noch nie. Und dieser hier ist im Shop erhältlich. Wenn ihr euch für diesen interessiert, ich glaube, die liegt bei ungefähr 150 Euro, gerne mal an die E-Mail-Adresse schreiben. Eine wirklich wunderschön erhaltene Münze, ja. Die sieht man in diesem Zustand extrem selten. So, so viel auf jeden Fall an dieser Stelle dazu. Gucken wir uns nochmal schnell die Preise an. Hier an dieser Stelle einmal Silber eingeblendet. Heute auch wieder ein gutes Stück gestiegen. Ja, wir sind jetzt knapp vor 23 Euro pro Unze. Relativ hoher Preis im Moment. Sage ich aber gleich noch was zu. Hier dann an dieser Stelle auch nochmal der gute alte Goldpreis. Irgendwo ähnliches spielen. Ja, aber natürlich weniger volatil, wie es beim Gold immer so ist. Also, Edelmetalle bzw. Gold und Silber und Bankenkrise. Ja, wie ist es mit der Bankenkrise? Hat sich jetzt im Moment nicht mehr super viel getan. Heißt es, dass es jetzt vorbei ist? Ja, vermutlich nicht. Sehr, sehr schwierig einzuschätzen, weil dazu natürlich an die Öffentlichkeit nichts getragen wird. Ja, und ich denke mal, die meisten, die diesen Kanal hier sehen, wissen, dass sie den Medien genau das glauben können, was sie wert sind. Nämlich gar nichts. Und dementsprechend müssen wir uns abwarten. Müssen gucken, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Es sieht jetzt im Moment nicht so aus, als würde es großartig schlimmer werden. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Ich will mich da jetzt auch nicht darauf versteifen. Man muss es beobachten. Ja, aber generell, für eine Bankenkrise, wie sieht es da aus? Also, bei der Bankenkrise ist ja primär das Problem, dass man an sein Geld nicht mehr rankommt. Ja, es gibt da immer diese schönen Versprechungen, wie zum Beispiel hier auch in Deutschland, dass die Einlagen ja gesichert sind bis 100.000 Euro. Ja, leider Gottes sind das Billionen von Euro, die auf Privatkonten bis 100.000 Euro liegen. Also, das kann man vergessen. Deutschland hat ein Bruttoinlandsprodukt von so ungefähr 3 bis 4 Billionen. Ich muss es euch leider so sagen, wie es ist. Keine Regierung hat ihr ganzes Bruttoinlandsprodukt einfach mal so da, um irgendeinen Bankencrash auszugleichen. Also, es wird nicht passieren. Wenn sowas passiert, ist das Geld weg. Ganz einfach. Das ist auch nicht unbedingt großartig problematisch, weil das Geld gar nicht existiert. Es ist ja nur eine Zahl auf dem Computer. Und wenn man den Computer abstellt, ist diese Zahl weg. Dementsprechend ist es jetzt nicht so, als würde man dann die Scheine verbrennen müssen oder sonst irgendwas. Weil dieses Geld ist physisch nicht vorhanden. So, wie auch immer. Da brauchen wir uns jetzt nicht großartig weiter darüber aufzuregen oder sonst irgendwas. Das ist eben so, wie es ist. Müssen wir halt irgendwo mit klarkommen. Aber, die wichtige Geschichte an dieser Stelle ist ja, dass man sich dagegen im Prinzip recht einfach schützen kann. Ich bin ein großer Freund davon, auch tatsächlich einen Notgroschen zu haben. Viele Leute wissen wahrscheinlich, was das ist. Das ist ja, dass man einfach ein bisschen Geld auf der hohen Kante liegen hat. Sei es jetzt 5.000 oder 10.000 Euro, sollte mindestens jeder eigentlich da haben. Der voll arbeitet zum Beispiel oder sonst irgendwas. Wer es nicht hat, muss da wirklich signifikant dran arbeiten. Also, ich weiß nicht, wie ihr genau gedenkt, irgendwelche finanziellen Krisen zu überstehen. Ob es jetzt persönliche oder generelle sind, ist völlig egal. Aber ohne irgendwelche Rücklagen, Leute, das geht heutzutage nicht mehr. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die das nicht haben. Und das ist ein Riesenproblem. Und das wäre die absolute Hauptpriorität, meiner Meinung nach, sich darum mal zu kümmern. Ich weiß genau, wie das ist. Ich habe sehr, sehr lange, sehr, sehr wenig verdient. Ihr könnt es hier auf dem Kanal euch gerne ansehen. Ich habe zeitweise über ein paar Monate, Jahre, je nachdem, um Geld zu verdienen, Transformatoren usw. auseinandergekloppt. Wer das noch nicht mal ausprobiert hat, kann es gerne mal probieren. Es gibt kaum was Härteres, was man für Geld machen kann. Also auf gar keinen Fall irgendwie so, dass ich euch jetzt irgendwie sagen würde, ja, aber ihr müsst doch das und jenes. Und war noch nie in der Situation. Absolut nicht der Fall. Gut, ich meine generell, was bei mir persönlich passiert, geht eigentlich auch niemandem was an. Ich sage es an dieser Stelle jetzt dazu. Ich wollte nur mal ein bisschen Kontext dazu geben. Und ja, ich sage es auch gleich dazu, als ich diesen Kanal hier gestartet habe und als ich noch kein Geld verdient habe, ging es unserer Familie finanziell auch wesentlich besser, ja. Ich bin jetzt gerade mehr so ein bisschen dabei, das Ganze wieder aufzubügeln, ja. Aber wie gesagt, das ist auch ein bisschen zu viel private Geschichte hier an dieser Stelle. Ich möchte es nur für jeden klar machen, dass ich genau weiß, wovon ich da rede, wenn ich darüber rede. So, und ich denke, dass es unglaublich wichtig ist, ja. Ich denke allerdings nicht, dass das unbedingt, wenn man das wirklich gar nicht möchte, unbedingt auf dem Konto liegen muss, denke ich jetzt nicht, ja. Da gibt es allmögliche andere Möglichkeiten, die man machen kann. Zum Beispiel Gold und Silber. Das ist eine Möglichkeit. Es ist nichts, was man machen muss. Es ist keine Empfehlung, das ist eine Möglichkeit. Und als solche eben auch hinzunehmen, beziehungsweise in eine Erwägung einzuziehen, wenn man das denn möchte, ja. Also definitiv, ja. Man kann Silber kaufen, normalerweise recht günstig kaufen, ja. Je nachdem, was man kaufen möchte, kann man sie auch relativ schnell wieder verkaufen, ja. Ich sage jetzt mal so, wenn man jetzt solche wirklich, wirklich, wirklich wertvollen Sammlermünzen kauft, könnte es etwas schwer sein, direkt den ganzen Preis wiederzubekommen, den man bezahlt hat, ja. Definitiv. Aber ich sage jetzt mal so, wenn man jetzt zum Beispiel, ich gebe jetzt nochmal ein Beispiel, ja. Zum Beispiel so Random Dimes oder sowas kauft. Oder zum Beispiel auch ein Unzen Silberanlagemünzen, ja. Denken jetzt auch manche Leute, ich hätte jetzt irgendwas auf einmal gegen andere Händler. Ich finde andere Händler super, ich habe mein ganzes Leben lang bei anderen Händlern gekauft, ja. Also nur, weil ich jetzt selber auch was verkaufe, ist das nicht, dass ich irgendwas gegen andere Händler hätte. Gar keinen Fall, ja. Also, ne, solche Sachen sind auch immer noch gut. Kann man kaufen, kann man privat relativ schnell für das relativ vergleichbares Geld, ja, wieder verkaufen, was man dafür gezahlt hat, ja. Die Dimes würde ich mal argumentieren, kann man für genau das gleiche wieder verkaufen, weil ich habe sehr, sehr viele Leute gesehen, die genau das tun, ja, auf solchen privaten Verkaufsseiten, wie zum Beispiel Ebay. Und auch bei allen Unzen Silbermünzen ist es ungefähr das gleiche Spiel, ja. Das kann man zum Beispiel tun. Es ist natürlich ein bisschen Arbeit, ja. Aber wenn man tatsächlich sagt, ich möchte gerne ein bisschen was außerhalb von meinem Bankkonto oder dem Bankensystem generell haben, wo dran ja nichts Schlimmes ist, absolut nicht, ja. Dann kann man das natürlich gerne tun, ja. Dafür gibt es auch mehrere Möglichkeiten als nur Silber. Es gibt zum Beispiel auch Gold, im Prinzip gleiches Prinzip, ja. Beim Gold ist das praktisch, dass man es wirklich prozentual gesehen sehr, sehr nah am Goldpreis kaufen und verkaufen kann, mit ungefähr so zwei, vielleicht drei Prozent Unterschied, ja. Also wirklich sehr, sehr gut dafür, aber natürlich auch teuer. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeiten, es sind andere Vermögenswerte anzulegen, physische Vermögenswerte. Warum nicht Aktien? Weil die bei einer Bank gehandelt werden, ja. Also das ist jetzt irgendwie, ja, Aktien sind nochmal separat geschützt von solchen Geschichten, ja. Also nicht nur wie diese Bullshit-Einlagensicherung, sondern separat nochmal geschützt, ja. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass man da nicht rankommt, wenn die Bank gerade pleite ist, ja. Es wird dann vielleicht irgendwann, also vermutlich irgendwann wieder möglich sein, da ranzukommen in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß es nicht, ich habe es nur nicht miterlebt, ja. Aber wenn die Bank, wo ich meine Aktien habe, pleite ist, ja, und alle ihre Sachen schließt, kann ich natürlich auch erstmal nicht an meine Aktien ran. Das heißt, es ist zwar irgendwo was anderes, aber das gleiche Problem, ja. Wisst ihr, wie ich meine? Aber es gibt ja alle möglichen anderen Möglichkeiten, wo man sonst noch Geld hinstecken kann, ja. Also gerade bei Sachen, die relativ gut wieder zu verkaufen sind, ja, was gibt es da noch so? Muss ich ehrlich sagen, fällt mir eigentlich gar nicht so viel ein, was man so leicht verkaufen kann. Ich versuche auch wirklich sehr, sehr stark, gerade nicht von meiner persönlichen Situation auszugehen. Ich habe mir ein ganzes Leben lang nur Sachen verkauft. Für mich ist es jetzt nicht großartig schwer, irgendwas zu verkaufen. Aber wenn man dafür nicht wirklich Zeit hat und auch nicht wirklich Lust drauf hat und daran auch nicht wirklich Erfahrung hat, ist das natürlich was, wo ich jetzt keinem irgendwie sagen kann, hey, das wäre auch noch eine Möglichkeit, wenn man das dann irgendwie schwer wieder verkaufen kann. Also jeder von euch muss sich dazu seine eigenen Gedanken machen, was es sonst noch so gibt, ja. Für mich, mir fallen persönlich viele Sachen ein, aber das sind, glaube ich, nur solche Ich-Sachen. Ich glaube nicht, dass ihr damit viel anfangen könnt. Ja, deswegen lasse ich jetzt auch hier an dieser Stelle mal weg, weil ich will jetzt keinen auf irgendwelche dummen Gedanken bringen, wo vielleicht irgendwas schief geht, ne. Das will ich absolut nicht, ja. Ich will ja primär nur ein bisschen helfen. Aber generell, ja, es gibt Möglichkeiten, wo man sein Geld hinpacken kann, wenn man vielleicht nicht alles auf dem Bankkonto haben möchte. Ich sage jetzt nicht, dass man jetzt hingehen sollte und jetzt komplett sein Geld komplett von den Banken runterholen sollte und nie wieder damit, ist schwierig heutzutage, ja. Weil man muss natürlich irgendwo mit Banken arbeiten. Und normalerweise ist das ja auch so, dass gerade solche kleinen Banken jetzt generell schon das Interesse ihrer Kunden im Vordergrund stehen haben. Aber solche Geschichten wie Regierungen, ja, oder Großbanken natürlich nicht, ist das scheißegal. Ich denke mal, das sollte jedem auch klar sein. Aber, ne, das sind solche Geschichten schwierig. Man kann natürlich auch sein Geld in solche Sachen wie Sammlermünzen packen. Aber da ist es halt dann so, man muss den Käufer dafür finden, ja. Ich gebe euch dafür immer einiges, ja, das definitiv, solange ich hier meine Geschäfte mache und solange das Land noch einigermaßen funktioniert, ja, was das Gleiche bedeutet, ja, weil ich mache hier meine Geschäfte so lange, wie das Land noch einigermaßen funktioniert. Ansonsten bin ich weg. Ich sage es euch so ehrlich, wie es ist. Aber solange ich noch hier bin, solange ich noch meine Geschäfte mache, gebe ich euch auch für eure Sammlermünzen wirklich sehr, sehr gute Preise, ja. Kurzes Beispiel. Diese Münze hier könnt ihr bei mir für 150 Euro kaufen, ne. So, wenn ihr die jetzt wieder an mich zurückverkaufen wollen würdet, ja, und der Preis dieser Münze noch ähnlich ist, natürlich der Wert muss auch irgendwo noch gegeben sein, ja, dann würde ich euch dafür also auf jeden Fall ein gutes Stück über 100 Euro geben, ja. Ich würde mal sagen so, ja, wahrscheinlich so 100, 10, 120 Euro, ja. Ich muss natürlich auch was daran verdienen, ja, gar keine Frage. Aber wenn ihr bei mir Kunde seid, komme ich euch da auch nochmal ein gutes Stück entgegen, ja, all solche Geschichten. Also es ist jetzt definitiv nicht so, als könntet ihr diese Geschichten nicht mehr verkaufen, gerade auch nicht zurück an mich verkaufen, und ich würde euch damit jetzt im Regen stehen lassen, wenn ich noch weiter Geschäfte mache, was ich nicht tun werde, ja. Ja, so, also soviel an dieser Stelle dazu. Es ist eine Möglichkeit, aber es ist mit Risiko belastet, ja. Weil wie gesagt, ich verspreche euch nicht, dass ich noch hier bin, wenn ihr die Sachen verkaufen möchtet, und dann müsst ihr euch selbst mit dem Handel beschäftigen. Das ist nicht super leicht, das muss man können, ja. Natürlich ist es bei vielen Sandermünzen recht einfach, die auch gut wieder zu verkaufen, gerade bei Morgen- und Peace-Dollars. Jeder weiß, was ein Peace-Dollar und ein Morgen-Dollar in einem guten Zustand wert ist, und wer es nicht weiß, kann es googeln, ja. Bei diesen Münzen ähnlich, aber da kommt es natürlich noch mal so ein bisschen mehr auf das Auge drauf an, was für ein Great die Münze ist, ja. Selten zu bekommene Stücke haben einen kleineren Markt, muss man ganz klar dazu sagen, ja. Deswegen ist es aber auch so, dass viele sehr, sehr selten zu bekommene Stücke in den letzten Jahren extrem im Wert gestiegen sind, muss man ebenfalls dazu sagen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, sagen wir es jetzt mal so, ja. Jetzt gibt es bestimmt auch wieder Leute, die mich fragen, ja, wie sieht es denn zum Beispiel mit Kupfer aus, mit so Kupferbahnen und so weiter und so fort. Geht natürlich. Sehr leicht zu verkaufen, börsengehandeltes Metall, sehr leicht zu verkaufen. Problem an dieser Stelle, nicht günstig zu bekommen, ja. Das ist diese Sache, ja. Man kann natürlich Kabelschrott oder sowas auf Ebay kaufen oder sonst irgendwas, aber will man sich davon jetzt wirklich viel irgendwo hinlegen? Wenn man viel Platz hat, vielleicht, ich persönlich jetzt nicht so. Börsengehandelte Sachen sind am besten geeignet für solche Geschichten, ja, um ein bisschen Geld auf die Seite zu legen, weil man die leicht verkaufen kann. Das ist definitiv Fakt. Jetzt ist allerdings die Geschichte, was gibt es denn da außer Silber und Gold und vielleicht noch ein paar anderen Edelmetallen, wo es natürlich wieder ein bisschen schwierig ist von wegen Steuer und so weiter und so fort. Aber es ist generell so, für viele Leute ist so das, das, was sie so für sinnvoll halten. Und ich verstehe das definitiv, ja. Ich verstehe das. Und wenn ich nicht viel Ahnung vom Handel und so weiter hätte, würde ich das auch so machen. Ich sage es euch ganz ehrlich so. Wissen Sie, ja. Das ist meine ehrliche Meinung dazu. Wenn ich keine Ahnung hätte davon, was, wie ich jetzt wie verkaufe und so weiter und so fort. Also, ich würde mir wahrscheinlich, ich persönlich, weil ich natürlich krisenwährungsaffin bin, würde mir irgendwelche kleineren Einheiten kaufen, ja, wie zum Beispiel halbe Mark, ganze Mark, Viertel Dollar, Dimes und so weiter und so fort, ja. Oder eben ganz normale 1.000 Anlagemünzen, ja. Wenn ich die irgendwo günstig bekomme und so weiter und so fort, ne. Das ist Bescheid. So. Solche Geschichten. Sehr, sehr gut, ja. Gibt super viele tolle Händler hier auch in Deutschland, ja. Ich, ne. Irgendjemand hat neulich mal in die Kommentare geschrieben, wie ich eben schon gesagt habe. Ich hätte jetzt auf einmal, würde jetzt irgendwie gegen diese Händler agieren, finde ich, sehe ich absolut nicht, ja. Ich habe hier immer schon, ganz ehrlich gesagt, wenn ich irgendwas von jemandem bekommen habe, dass es immer gut war, ja. Und ich hatte noch nie irgendeine negative Erfahrung mit irgendeinem Händler von Gold.de oder sonst irgendwo. Das steht in meiner Beschreibung. Ich schreibe das in meine Beschreibung rein, damit Leute das finden können. Keine Werbung, ich kriege dafür keinen Cent, ja. Aber es steht da in der Beschreibung, damit Leute es finden können, ja. Weil manche Leute nicht wissen, dass es solche Sachen gibt, ne. Deswegen mir ist sowas sehr, sehr wichtig. Aber es ist eben trotzdem so, es ist nicht super einfach, was zu finden, wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt kein Gold und Silber. Und das kann ich jetzt, auch wenn ich nicht viel Ahnung vom An- und Verkauf von Sachen habe, leicht wieder verkaufen. Ja, auch zu einem ähnlichen Preis, wie ich es gekauft habe. Da muss ich irgendwie Ahnung davon haben, was was wert ist. Ist ein bisschen kompliziert. Bargeld ist natürlich irgendwo eine Option. Wird es vermutlich nicht mehr lange geben, ja. Sagen wir mal ehrlich. Ja, müssen wir uns natürlich dann auch gegen wehren, wenn es soweit ist. Ne. Ich denke mal, das ist ganz klar. In vielen anderen Ländern ist das auch schon passiert. Ja. Ich meine, in der Schweiz wurde jetzt per Volksentscheid entschieden, dass es keine komplett digitale Währung geben darf. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich habe es nur so am Rande mitbekommen. Meines Erachtens nach ist das der einzige Weg. Ja, man kann die Währung ja digital machen, aber es muss für die Bürger die Möglichkeit geben, dass man hingehen kann und sagt, yo, ich hätte jetzt doch ganz gerne mal Bargeld, weil ich gerne mal was außerhalb vom Bankensystem hätte. Die Möglichkeit muss es geben eigentlich, meiner Meinung nach. Ganz einfach. So. Und wenn es die Möglichkeit nicht mehr gibt, nun, dann kann ich mit dem Bankenwesen auch schlecht noch Vertrauensgeschäfte machen, ehrlich gesagt. Weil dann das Vertrauen im Prinzip nur bei mir liegt. Das heißt, ich muss das ganze Vertrauen aufbringen und die Bank keins. Und das ist ein Geschäft, wo ich sagen muss, weiß ich nicht, ist irgendwie schwierig. Ist irgendwie schwierig, wenn ich die Person noch nie gesehen habe, wenn ich von der Person noch nie was gehört habe, wenn ich nicht mal weiß, wer das ist. Ja. Ein bisschen kompliziert. Aber naja, so ist es halt heutzutage. Es ist ja auch sowieso so, so wichtige Probleme sind heutzutage sowieso sowas. Ach, damit beschäftigt sich gar keiner mehr. Ich bin mal wieder gerade ein bisschen am Abschweifen, aber es ist mir gerade mal wichtig, darüber zu reden. So wichtige Probleme heutzutage, das sind sowieso solche Sachen, die rücken irgendwie in den Hintergrund. Ich meine, guckt euch doch mal die aktuelle Situation an. Es ist recht wahrscheinlich, dass wir uns in ein paar Jahren in einem sehr großen Krieg, mindestens in Europa, wahrscheinlich weltweit befinden. Warum? Weil niemand verhandelt. Zwischen dem Weißen Haus im Moment und Moskau besteht null Verhandlungspotenzial, null Korrespondenz in irgendeiner Form. Gut, das liegt natürlich auch daran, dass der Präsident völlig unfähig ist. Und in Russland natürlich fairerweise auch wenig Interesse im Moment draufgelegt wird, mit Amerika zu verhandeln. Es ist ein beidseitiges Problem irgendwo. Aber ich denke mal, wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, dass Biden mit Sicherheit der unfähigste Präsident, der in der Geschichte der Vereinigten Staaten ist. Liegt vielleicht auch daran, dass er einfach ein bisschen alt ist. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie man sich dann hinstellen kann und klebt sich auf irgendeiner Hauptstraße, während man literally das Risiko eingeht, dass einem gleich alles um die Ohren fliegt. Wen juckt denn ein halbes Grad Erderwärmung, wenn es in fünf Jahren überhaupt keinen bewohnbaren Planeten mehr geben könnte? Man muss sich das einfach mal klar machen, was das für eine Relation ist. Ich sage nicht, dass das eine kein Problem ist. Man kann sich darum kümmern, dass diese Geschichte mit Erderwärmung und so weiter nicht mehr weitergeht. Das ist ja auch in Ordnung. Wenn man das möchte, kann man das ja auch gerne machen. Aber diese zwei Probleme, sich als gleichrangig anzusehen, ist für mich absolut hirnverbrannt. Es tut mir leid. Wenn es niemanden mehr gibt auf der Welt, ja, dann haben wir auch keine Erderwärmung mehr. Aber wie kommt man denn auf die Idee, mit so einer Gefahr im Hintergrund, sich um solche Sachen zu kümmern? Also es tut mir leid, Leute, aber ich falle hier komplett. Also ich weiß gar nicht, was ich da zu großartig sagen soll. Das musste ich jetzt mal kurz drüber sprechen. Hat ja auch so ein bisschen was mit der ganzen Krisen und Bankenkrisen und so weiter und so fort zu tun. Aber jetzt wieder zurück zum Thema. Ich denke, es gibt gute Möglichkeiten, außerhalb von Gold und Silber Geld anzulegen. Außerhalb vom Bankensystem auch. Es ist allerdings schwierig. Wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, könnt ihr das gerne tun. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ansonsten sind Gold und Silber definitiv eine Möglichkeit, das Geld in Sicherheit zu bringen. In Sicherheit, in Anführungszeichen, zu bringen. In der Zeit, wo es vielleicht etwas turbulenter am Finanzmarkt vor sich geht. Und eine ganz simple Geschichte. Wenn ich irgendwie Schiss habe, dass meiner Bank es nicht so gut geht, kann ich ja zumindest ein Teil von dem Geld, was ich vielleicht nicht verlieren kann, nehmen und ich packe es in irgendwas Physisches, damit ich es zur Verfügung stehend habe, wenn ich es brauche. So ist zumindest meine Denkweise. Jeder kann sich da natürlich seinen eigenen Gedanken machen, wie zu allem anderen auch. Es ist ja gut, dass wir das zumindest im Moment noch haben, dass jeder das machen darf. Meine Güte, was eine tolle Welt. Aber das ist wirklich meine Meinung zu dieser ganzen Geschichte. Ich denke, es kann schützen. Ich denke, es kann helfen. Ich denke, man kann es richtig machen, wenn man es möchte. Es ist jetzt nicht so, dass es zu 100% helfen muss. Je nachdem, wie die Krise aussieht, muss es nicht funktionieren. Aber es ist eine weitere Chance. Da habe ich auch schon im letzten Video mit der Krisenwährung darüber gesprochen. Es ist eine weitere Chance, die man sich einkaufen kann. Und wo man sagen kann, okay, ich gebe mir selbst eine weitere Möglichkeit, irgendwie eine Möglichkeit, durch solche Krisen besser durchzukommen. Es ist nichts garantiert. Es ist überhaupt nichts garantiert. Ich denke mal, das haben wir in den letzten Jahren auch gezeigt. Es ist nichts garantiert auf der Welt. Aber man muss irgendwo so ein bisschen eine Vorstellung davon haben, was einem Chancen gibt und wo es vielleicht unter Umständen sinnvoll sein könnte, sein Geld hinzupacken, damit man diese Chancen hat. Ich habe das Video heute bewusst sehr, sehr allgemein gehalten. Einfach aus dem Grund, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass jeder sich dazu, weil das natürlich eine relativ persönliche finanzielle Entscheidung ist, seine eigenen Gedanken irgendwo machen muss. Und ich will da nicht zu stark eingreifen. Ich kann euch sagen, es ist definitiv möglich, das mit Gold und Silber so zu machen, dass es funktioniert. Damit, wie das gemacht werden muss und so weiter und so fort, muss man sich einfach selbst mit auseinandersetzen, weil ansonsten weiß man auch nicht, wie man in dem Fall das, was passiert, richtig agiert. Das ist ja das. Ich kann ja hier immer viel erzählen, aber letzten Endes kommt es ja auf euch an. Es kommt auf euch an, was ihr mit eurem Leben macht. Es kommt auf euch an, was ihr mit eurem Geld macht. Es kommt auf euch an, für was ihr euch letzten Endes entscheidet, nicht auf mich. Ich kann nur für mich selbst entscheiden. Aber so viel an dieser Stelle dazu. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen und so weiter habt, gerne in die Kommentare schreiben. beantworte ich wie immer sehr, sehr gerne. Super gerne das Video bewerten. Das würde mich sehr freuen. Und natürlich auch sehr gerne den Kanal abonnieren, falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche und bis zum nächsten Mal.